Hi, ich bin Mr. Harry Skywalker und heute mit dem Custom Update, äh, 29. Yeah. Das sind die Customs. Ah, das sind Ply und Davis. Und ja, die kennt ihr, glaube ich. Also Ply kennt ihr sicher und Davis kennt ihr sicher auch. Davis ist auch dann so ein Commander im Sternkorb und ist dann auch so mit, also, ähm, wenn ich das auf die Edpedia richtig verstanden habe, der unterstellt von Ply und Ayla Secura und, ja, also Ply habe ich, also ich zeige euch erstmal Ply. Also Ply den habe ich schon seit den, ähm, ähm, Halbjahresferien, also seit den Semesterferien, habe ich den schon gemacht. Also dann habe ich schon länger. Das hat hier, also trägt hier mal so ein Karma, das ich mal zum, am Anfang des YouTube-Kanals gemacht habe. Und, also, ja, etwas farbverklext, ist mir aber egal. Dann einen originalen Sternenkopfkörper und dann halt so mit noch so einem weißen Visier, so einem Binokularvisier. Ja. Hoppala. Der muss stehen. Dann zeige ich Davis nicht. So, jetzt steht er. Und so sieht Davis aus. Auch, quasi selbes Prinzip wie der Blei, äh, Binokular in Weiß, rote Markierung, und so sieht Davis aus, auch quasi selbes Prinzip wie der Blei, äh, Binokular in Weiß, rote Markierung, hier auf dem Tor so, sieht halt so aus. Und dann noch, noch so ein, ähm, Pole Run auch noch drauf. Rot, zwei Abzeichen, oh scheiße, zwei Abzeichenpunkte. Dann hier auch noch ein Pole Run und, ja, Pole Run Waffe und Comlink, ja, Comlink hat Blei auch. Und ja, sieht dann sonst eigentlich aus wie ein Commander Davis. Ja. Das war's noch ein Video, das war's heute, das war's für heute. Also vielleicht nicht, vielleicht leide ich heute noch ein Video hoch. Aber das war's jetzt nochmal für dieses Video. Und ich sag dann mal, ciao Leute. Das war's heute. Das war's heute.